Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zum zweiten Tag der heutigen Woche und es ist wahrscheinlich keine Überraschung mehr, weil ihr das Thumbnail gesehen habt und ich irgendeinen Titel mit Battlefield haben werde, aber viele haben sich gestern in den Kommentaren gewünscht, dass wir uns einmal Battlefield angucken, da ist eine neue Season rausgekommen. Battlefield Season 7 anscheinend, komplett an mir vorbeigegangen, dass es da irgendwie so viele Seasons gibt, auf der anderen Seite ist das Game mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre alt oder so und ich habe es in der Beta damals gespielt, es hat richtig Spaß gemacht in der Beta, dann kam das Full Game raus und das Full Game war absolut Dogshit. Also ich bin kein Battlefield Spieler, aber ich fand es absolut langweilig und jetzt gucken wir mal, wie Season 7 ist. Ich habe absolut, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung und ich hoffe einfach inständig, dass es nicht scheiße wird. Hier ist überall irgendwie Action. Ich weiß, dass das meine Settings sind, mehr oder weniger von früher, weil ich mir damals so ein rotes Fadenkreuz gemacht habe. Irgendein BetaFeed YouTuber hatte mal darüber gesprochen, dass das irgendwie absolute Meter sei. Aber die Tatsache, dass ich hier jetzt gerade erstmal wie wild umherrennen muss, in der Hoffnung irgendjemanden zu finden, den ich abschießen kann, fuckt mich schon heftig ab. Digger, okay, erster Kill, warum auch immer, ey, hier einfach so richtig random rumsitzt, hier überall fliegen Helikopter irgendwie rum, okay, 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 da ist ein Panzer, Digger, was geht hier ab, Digger, was geht, 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 was geht. Geht jetzt? Okay, ich glaube, hier macht das keinen Sinn. Granata! Okay, anscheinend ist das jetzt unsere Position hier. Nur haben wir irgendwie Keine Spieler hier, auf die wir ballern können. Ich habe einen gefunden. Okay, das war ein Assist für mich, das ist in Ordnung. Dahinter. Shit! Okay, anscheinend kann man seine Waffe in der Runde monnen. Finde ich ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Irgendwie bin ich mir auch sicher, man kann sich selber heilen. Ich habe aber keine Ahnung wie. Vielleicht kann auch nicht jeder sich selber heilen. Ich habe echt absolut gar keine Ahnung von Battlefield. Ich finde es aktuell einfach auch nur so richtig chaotisch irgendwie. Man läuft die ganze Zeit umher, man sucht verzweifelt irgendwie eine Möglichkeit, auf Leute zu ballern. Okay, hier fliegen so ein paar Sachen in die Luft. Teilweise finde ich das ja irgendwie ganz witzig. Mit den ganzen Raketen, die hier fliegen und den Helikoptern und den Panzern und was es da alles gibt. Shit. Battlefield Community. Wie spielt man Battlefield? Also, was ist das Ziel dahinter? Weil ich weiß, ich kann in dem Sinne keine Streaks erreichen. Das habe ich soweit verstanden. Aber, was bringt es mir, wenn ich jetzt jemanden kille? Also, ja, es fühlt sich cool an. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es macht gar keinen Unterschied. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen meine persönliche Rolle. Dass ich irgendwas Besonderes machen kann, oder? Irgendwas Spezielles. Okay, Selbstheilung. Geil. Da ist einer. Gefickt. Da vorne ist noch einer. Das ist sogar der Typ, der uns eben gekillt hat. Geil, Revenge. Noch einer. Zack. Shit. Okay, ich will ehrlich sein, wenn man so zwei, drei Kills nacheinander macht, macht das Spaß. Dann ist das geil. Aber irgendwie fehlt trotzdem so dieser... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Dieses... Ich habe das Gefühl, es ist egal, ob ich jemanden kille oder nicht. Ich bin mir auch sicher, ich mache irgendwas falsch. So. Das hier nehmen wir jetzt ein. Ich habe das Gefühl, ich hätte vielleicht eine höhere Empfindlichkeit sogar nehmen können. Okay, guck mal. Wir haben was eingenommen. Oder? Ne, haben wir nicht. Wir haben es neutralisiert. Jetzt haben wir was eingenommen. Let's go. Okay, und dann zum, ja wahrscheinlich nächsten Punkt, um... Den einzunehmen. Ich versuche links auf diese Minikarte zu gucken, aber irgendwie verrät sie mir nicht so viel, wie ich gerne hätte. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich keine Ahnung habe, wie ich sie lesen muss. Kann ich in den rein? Das waren nur Granat... Rauchgranatwerfer, glaube ich. Kann ich in den Panzer rein und den übernehmen? Okay, das wäre zu geil. Das wäre zu heftig. Das sieht auch mega aus, wie diese ganzen Flugzeuge hier durch die Gegend fliegen und in der Luft... Er sieht mich nicht. Okay, komm, wir holen ihn da raus. Wir holen ihn da raus. Ja, ich habe ihn. Meiner. Ha, 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 ha. Oh mein Gott, wie fährt man das Ding? Oh ja, reparieren, reparieren, reparieren. Let's go, let's go. Geil, sie reparieren's. Wie geil ist das denn? Ha, 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 ha. Ich glaube, ich habe was Gutes gemacht, aber ich weiß es nicht. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Okay. Okay. Junge, Junge. Ich glaube, es ist tatsächlich einer der Hauptaspekte, dass man auf alles ballert, was fährt und fliegt, weil ihm das hilft. Ab in die Büsche. Ich laufe denen hinterher. Ich habe irgendwie gehofft, dass die... wissen, wo es lang geht. Ah, im Gebüsch. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es kann mich theoretisch jemand wiederbeleben. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange man da wartet und ob man das im Battlefield so macht. Okay, da ist richtig Action. Junge. Also irgendwie... Ist natürlich ein Problem, wenn man das Game nicht kennt und die Karten nicht kennt und nicht so 100% weiß, wo man sich orientieren muss. Aber der Moment, wo man auf Leute ballert, ist geil. Das fühle ich. Der Moment, wo man irgendwo hinlaufen muss, stirbt. Nicht so 100% weiß, wo das herkommt, ist da ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Okay, der wird wieder... Der wird wiederbelebt? Okay, der... Oh, shit. Oh, shit. What? 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 Okay, belebt mich wieder. Komm. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Yes. Geiler Typ. Ist das ein Scheißchaos hier. Okay, ich habe mich selbst gehalten. Okay. Ich glaube nicht, dass... Er ist... Er... Er wartet taktisch. Er wartet taktisch da oben. Hilfe! Hilfe! Wäre nicht einer der Hauptaspekte von Battlefield, dass man seine Teammates rettet? So. Ich meine, guck mal da. Die stehen da einfach. Okay, das... Guck mal, er ist sogar Medic. Er ist Medic und hilft mir nicht. Was ist das? Was ist das? Okay, wir sind... Anscheinend jetzt in einem Helikopter drin. Wir waren in einem Helikopter drin. Ich weiß, man sollte Battlefield niemals mit einem COD vergleichen. Das ist... Schund. Grundsätzlich verschiedene Games mit Grundsätze... Oh, fuck. Grundsätzlich verschiedene Games mit grundsätzlich verschiedenen Ansätzen. Aber ich denke mir so, nach diesen zwei Runden... Jetzt kriege ich ein bisschen in die Fresse. Das ist irgendwie... COD kannst du alleine spielen. COD kannst du alleine spielen. Du kannst eine gute Runde haben, Streets erreichen und Fun haben. Hier habe ich so das Gefühl, dass du so eingeschränkt bist. So, jetzt alleine ist zum Beispiel, finde ich, super langweilig. So, ja, Kill-Gefühl ist cool. Aber das war's. Ich kann keine Streaks erreichen. Ich ändere nichts an dem Outcome des Games. Ich kann mir vorstellen, dass das hier ganz geil ist, wenn man das so mit zwei, drei Kumpels spielt. So, just for fun. Vielleicht ein, zwei Ziele setzt. Vielleicht irgendwie ein, zwei Fun-Runden macht. Da sehe ich Potenzial, dass man wirklich Fun haben kann. Zack! Aber so einfach solo, weiß ich jetzt nicht. Ich sehe mich jetzt nicht, wie ich irgendwie an einem kalten Nachmittag zu Hause sitze, Battlefield starte, alleine loslaufe und sage, jetzt habe ich Bock. So, irgendwie fehlt mir da einiges. Oh, die Granate ist gut. Shit. Enko. Ich verstehe auch die Hälfte der Zeit nicht, was passiert. Also, manchmal treffen mich Panzer. Okay, das übernehmen wir jetzt. Ich erobere etwas. Manchmal treffen mich irgendwie Panzer. Manchmal treffen mich irgendwelche Raketen. Manchmal irgendwelche Flugzeuge. Ich blicke teilweise gar nicht durch, was mich trifft. Oh. Dritter Kill nacheinander. Let's fucking go. Guck mal, so jemanden abzufucken, ist geil. Aber. Okay, wir haben Assist bekommen. Alles gut. Okay. 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 Shit. 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 Ich habe auch das Gefühl, dass das gesamte Aiming mit dem Aim Assist hier eher schwammig ist im Vergleich zu COD. Was mir so ein bisschen suggeriert, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn ich das nächste Mal Battlefield oder mit Maus und Tastatur spiele. Ich habe das Gefühl, da habe ich dann viel mehr Kontrolle über meine Charaktere und über das Aiming. Nice. Nice. Schöner Kill. Rechts sind auf jeden Fall noch welche. Heilen. Flankieren. 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 Panzer. Gegner. Hier ist immer Action, wo wir gerade sind. Nate raus. Killen. Zack. Gekillt. Nachladen. Heilen. Okay. Ich bin direkt in der Action. So ist das geil. Panzer. 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 Okay. Es ist schon wieder derselbe. Warum kickt man alle in diesem Game? Fuck. Wie komme ich in dieses Ding rein? Shit. Guckt euch das an. Aber. Oh fuck. Panzer. Oh mein Gott. Wie kommt man da oben rein? Anscheinend gar nicht. Anscheinend gibt es einen Trick, den ich nicht kenne. So. Buschcamper. Let's go. Zack. Oh nein nein nein. Zack. 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 Helft mir. Helft mir. Geil. Der Team jetzt saved uns. Pass auf. Er saved uns. Er ist gestorben. Ohne dass ich jetzt irgendwie den Battlefield-Leuten hier richtig schlechte Laune machen will. Und das Fliegen in den Hörnchen ist weg. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber ich habe so nach zwei Sessions gerade so richtig das Gefühl, dass dieses Game hier irgendwie richtig gut sein könnte, theoretisch. Wenn es einen richtigen Aspekt von Teamplay geben würde. Also ich habe das Gefühl. Oh shit. Shit. Zu viele. Ich habe so das Gefühl, dass man irgendwie mehr oder weniger einfach alleine spielt. Jeder hat zwar so ein bisschen seine Rolle, aber so richtig wahrnehmen tut die auch keiner. Ich weiß, ob das Map-Design schuld ist oder wie das Aufeinandertreffen mit Spielern ist. Aber so richtig. Man wird kaum wiederbelebt. Das Heilen ist auch eher begrenzt. Also ich kann mich glaube ich einmal heilen mit meinem Charakter. Und dann bin ich so ein bisschen darauf angewiesen, dass er von alleine heilt. Oder mir irgendwie ein Sanitäter hilft. Was die halt nie tun. Teilweise dauert es halt viel zu lange, um irgendwie zu Gegnern zu kommen. Wo halt wirklich dann Spaß ist. Oh, die Nate hat gesessen. Oh, holy moly. Ja, es dauert wie gesagt teilweise echt lange, bis man richtig in der Action ist. Wenn man in der Action ist und dort überlebt und Kills macht, ist es mega geil. Aber für so ein Entwicklerstudio und EA dahinter und den Hype, den dieses Game vorher aufgebaut hat. Okay, ich kann nicht mehr sprinten. Doch, jetzt wieder. Finde ich, ist es insgesamt eher enttäuschend. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe die alten... Juhu! Ich habe die alten Battlefield-Teile nicht gespielt. Shit. Gewonnen. Nice. Ich habe die alten Battlefield-Teile nie wirklich gespielt. Ich kann also auch keinen Vergleich ziehen zu so, wie es früher war und so, wie es jetzt ist. Aber wenn ich so überlege, dass die Leute richtig viel Kohle für dieses Game ausgegeben haben und der gesamte Aspekt, und das hier wurde ja damals auch als, ich glaube, COD-Killer benannt, weiß ich nicht. Irgendwie das Feeling, wenn man Kills macht, ist geil, aber alles dazwischen ist irgendwie scheiße. Und dafür dauert es mir zu lange und das Einzige, was ich bekomme, sind Ribbons, so wie ich das sehe, und neue Waffen, die man halt generell levelt. Also, wenn ich es bewerten müsste, würde ich so eine 4 von 10 geben und die 4 Punkte einfach nur, weil es teilweise echt episch aussieht, wenn da irgendwie Flugzeuge übereinander fliegen und Raketen fliegen und Panzer schießen und weil das Kill-Gefühl geil ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Battlefield haltet. Seid ihr enttäuscht? Seid ihr Battlefield-Spieler? War es früher besser? Schlechter? Würde mich mal echt interessieren, als COD-Spieler oder früher COD-Spieler kann ich das im Vergleich zu früher halt nicht beantworten. Und wenn ihr morgen ein neues Game mal sehen wollt, schreibt ihn in die Kommentare rein und ich check das dann mal aus für euch. Haut rein!